Hallo und herzlich willkommen... Ey, das war jetzt ein Fail. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SlimeRanger. Wir begeben uns irgendwohin, wo wir ein Türchen öffnen können. Die große Frage ist jetzt nur, wo können wir noch ein Türchen öffnen? Ich weiß es einfach nicht. Da unten war sowieso nichts. Ich würde heute gern in der Folge schon ein Türchen öffnen. Können wir mal gucken, ob es hier hinten noch irgendwo eins gibt. Aber ich bezweifle es. So, das ist offen. Oh, hier haben wir noch was zum Öffnen. Drei Steine. Wow. Das ist... Ja, das ist... Ohne Worte. Da oben ist eine Höhle, sehe ich gerade. Seit wann ist da oben eine Höhle? Ach, stimmt. Hier kommen wir ja zu den Kristallslimes. Äh, shit. Kein Antrieb mehr. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier ein Türchen finden. Wenn nicht, dann müssen wir einfach mal eiskalt weitersuchen. Äh, oh lol. Okay. Ich bin ehrlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, äh... Palim, 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 palim. Wir gehen erstmal hier hinten zum Teleporter und schauen danach. So, hier muss es doch ein Türchen zum Öffnen geben. Wir befinden uns da, wo ich eigentlich schon mal hin wollte. Ja, gut. Ähm... Ah, ich hab nichts zu essen. Nein. Du frisst ja wieder nur Fünnchen. Mann. Komm, hier, komm. Mann, wo... Scheiße. Mann, ey. Wir haben es noch geschafft. So, hier war ja der Megaschleim. Da ist der Teleporter. Ähm... Ja, gut. Hier scheint es aber kein Türchen zu geben. Das ist jetzt ein bisschen mies. Aber irgendwo... 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 Ich weiß... Äh... Hallo? Da. Ich weiß, dass es irgendwo ein Türchen gibt, wo man in diese Glaswüste kommt. Oder ein Teleporter oder irgendwie sowas. Hü, lass mich hier hoch. Boah, geht weg. So, da guck mal jetzt hier hinten einfach nochmal. Hier ist schon wieder ein Geschenk versteckt. Dann. Boah, ernsthaft. Gib mir fressen. Schnell. Wo ist er? Was hab ich für ein Pech? Das kann doch nicht wahr sein. Da war schon mal gar nichts drin. Alles klar. Na ja, was in dem ich ein Slime brauche ich? Ne, unbedingt. Äh, da hinten ist eine Lina-Kapsel. Die kann ich noch nicht öffnen. Was ist hier drin? Boah, lenkt mich doch fett, ey. Wenn ich die alle sammeln würde, hätte ich schon ein Milliarden Stück davon. Dann begehen wir uns einfach mal in die Ruinen. Ich hoffe mal, dass dort noch irgendwo ein... Schloss... Schlüssel... Schloss... Ding versteckt ist. So. Auf jeden Fall müssen wir das da oben erstmal aktivieren, dass wir hier unten weiterkommen. Ja, ne, lasst mich in Ruhe. Euch Golddingern vertraue ich ohne mehr. Da ist so ein Quantum-Slime. Die könnte man eigentlich... Ne, die fangen wir nicht mehr ein. Hier ist was. Ich hab ne Zitrone. Aber warum hab ich jetzt dieses blaue Ding hier eingesammelt? Die fliegen doch hier an den Mast rum. Na, komm. Na, komm. Ich weiß halt wirklich nicht, ob es hier noch irgendwo ein Tor gab. Aber hier hinten in der Ecke war ich zum Beispiel noch gar nicht. Das ist interessant. Jetzt hab ich hier fast runtergeplümpst. Na, hinten ist noch ein Geschenk. Da ist ein fetter Magma-Slime. Und der frisst Hühnchen. Äh, hier. Hühnchen einsammeln. Würde ich sagen. Da haben wir doch schon eine Aufgabe für diese Folge. Ähm, ich brauche hier Hühnchen. Hör damit. Hier bin ich schon wieder am Anfang. So, wir brauchen noch mehr Hühnchen. Nee, Wasserplotz brauchen wir nicht unbedingt. So, da ist noch ein Hühnchen. Hier ist noch eins. Nee, das war eine Katze. Wie viel haben wir jetzt? 14. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Hm. 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 Äh, hab ich den jetzt zugemacht? Nö. So. Ähm. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Ich hab doch gerade Hühnchen gehört. Können wir nicht erzählen, dass ich dich schon gefressen hat? Äh. Äh, hallo? Äh, hallo? Ja, schön, dass wir jetzt hier bei dem sind. Ach, aber... Der bringt mir gerade nicht wirklich irgendwas. Ohne Hühnchen geht hier gerade gar nichts. Hier sind noch welche. Wo bin ich hier, bitteschön? Äh, kenn ich die Ecke hier schon? Ich glaube mal nicht. Da ist ein Hühnchen. Das wurde mir vor der Nase weggeschnappt. Okay. 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 Okay, das ist eine Ecke, die kenne ich tatsächlich noch überhaupt nicht. Da ist ein Teleporter. Und wir haben ein Schloss gefunden für den Schlüssel. 1, 2, 3, 4, 5, ich brauche 5 goldene Plots. Ja. Ja, wie komme ich an goldene Schleimkacke? Das ist eine echt gute Frage. Ja. Der bringt mich wieder nach Hause. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will noch den Magma-Gordo zum Platzen bringen. Hier unten gibt es kein Hühnchen. Nein, schade. Doch, 1. Wow. Was will ich mit einem verdammten Hühnchen, bitteschön? Gut. Ähm, hier brauchen wir nicht Schlangen. Ähm. Shit, 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 shit. Stimmt, da haben wir ja jetzt so was ein bisschen rumgespielt. Ähm. Autsch. So. Oh, was gibt's denn hier unten drinne? Puh. Alles klar. Wir wissen doch, was wir machen müssen. Wir haben den zweiten Magma-Gordo-Slime gefunden. Der frischstörbel. Äh. Ja. Gut. Schaff ich's hier hoch? Ne, schade. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sammeln wir Ressourcen, um die zwei Slimes zum Platzen zu bringen. Ich hoffe, es hat euch vielmehr gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Mama Slimes platzen lassen. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye, bye. Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin.